Abgehauen schicken. Ja, das denke ich auch. Yay, ein Versteck! Ich glaube, ich weiß, wo er rumguckt. Ich glaube, er hat mich gesehen. Oder was denkt ihr? Ah, grinst nicht so, Chicken. Oh, really? Oh, really? Was ist eigentlich mit dem Bereich? Da war ich noch gar nicht. Was ist eigentlich mit dem Lava-Fluss? Aber hey, ich habe es versucht. Mehr als das kann ich nicht tun. Doch, das kannst du, Chicken. Du kannst es schaffen. Nicht nur versuchen. Hör ich da wieder? Oh, bello! Okay. Wisst ihr, was böse wäre? Gut. Was ist noch da? Wenn der Übergang jetzt auf einmal nicht mehr da wäre. Aus irgendeinem Grund. Warum auch immer das so sein sollte. Ich hab keine Ahnung. Der Mechanismus hat sich plötzlich zurückgesetzt, weil das ganze Zeit gestört ist. Da war nur eine Wand, ne? Also eingestürzte Wand. Ich bin aber nicht zufrieden. Wie komme ich hier hin? Muss ich irgendwie, wenn ich hier in dem Bereich bin, so gehen? Ach, das war's. Ach, einfach hier aus dem Kolosseum raus, Chikaran. Wenn du wüsstest, wo der Ausgang noch ist. Natürlich weiß ich, wo der Ausgang noch ist. Was soll die Frage? Ich werd mich doch niemals mehr laufen. Ja. Sag das zu ihm, dass selbst mit Questmarke in eine falsche Festung reingeht. In Oblivion. Ja, reib mir das unter die Nase. Reib's unter die Nase. Entweder Lava oder Feuerknödel. Ach, das war's. Ah. Ja, entweder Lame oder Feuerknödel. Ich würde sagen, beides chicken. Und, höre ich noch mehr? Nee. Scheint nicht so zu sein. Das ist ja ganz wie Feuerknödel. Das darf ich auch noch über die Lava hopsen. Und mich hoffentlich dabei nicht verbrennen. Ah, das ist wieder ein Knödelchen. Da ist wieder ein Knödelchen. Das war nicht weit genug. Das war aber weit genug. Das war aber weit genug. Gut, dass ich so viele Wasserpfeile dabei habe. Nicht? Ja, das hast du gut gemacht, chicken. Sehr gut gemacht. Was ist denn den Häusern eigentlich drin? Also, hier war ich drin. Entkennt man daran, dass da nichts drin ist. Okay, ich scheine wieder ein Feuerknödel rumzuwochen. Ist das da hinten Feuer? Oder auch einer? Ist hier noch einer? Das kann ja heiter werden. Das kann ja noch heiter werden. Dabei bin ich nur auf der Durchreise. Warum tun die mir hier so was an? Wo genau bin ich jetzt eigentlich? Da wieder. Okay. Und wenn ich auf dem Platz bin, vielleicht kann ich ja irgendwie hier so lang. vielleicht, vielleicht auch nicht. Hier war ja auch irgendwo ein Weg, den ich noch nicht abgegangen bin. Mit so einem Lavafall. Das ist hier. Aber ich verzweifle, dass ich hier wieder hin muss. Die Frage ist... Wofür sind die Medallions? Hallo, Feuerkugel. Weil offenbar gehören sie ja nicht zu diesen Schätzen. Hier ist besser. Na ja, Feuerkugel. Wo guckst du rum? Komm her, ich beiße nicht. Ich kratze nur! Wo ist dieses Ding? Wo ist dieses Ding? Hier mal, okay. Ich sollte den Feuerkugeln nicht zu nahe kommen. Ich hab's ja verstanden. Sie sind tödlich. Und enwaged. Wir warten hier vorne auf die Feuerkugel. Wow, vier Tone in einer Aufnahme-Session. Das hab ich auch bisher noch nicht geschafft. Ein neuer Rekord! Yay! Ey, Chicken! Das ist nicht etwas, auf das man stolz sein sollte. Jetzt, wo du's sagst? Aber hey, jetzt haben wir mal die Tödlichkeit eines Knödel gesehen. Ja, wann kommst du denn? Ich werd ganz sicherlich nicht zu dir rennen. Na? Na? Langweilig! Auf die Mauern hoch kann ich auch nicht, ne? Ey, wie lang braucht denn der Feuerknödel für seine Runde? Will der jetzt ernsthaft, dass ich da rein renne? Damit ich noch mal sterbe. Zum Werfen hab ich eigentlich auch nichts, um ihn anzulocken. Hm. Aber wir sind, sind wir schon mal hier beim Platz. Aber wir sind, sind wir schon mal hier beim Platz.